Wenn Laub waterlocked ist, kann man doch keinen Water MLG machen auf Laub. Aber jetzt kann man doch keinen MLG Water mehr auf Blätter bzw. Bäumen mehr machen. Ich find's blöd, dass man Blätter waterlocken kann, denn wie will man denn jetzt ein Water Bucket MLG auf Bäumen machen? F an Basti, das war's mit den Water MLGs auf Blättern, genau wie in Bad Rock. Ich glaube, bisher hat noch kein 1.19 Feature so eine krasse oder große Diskussion in der Community von Minecraft ausgelöst wie dieses hier, das Waterlocken von Leaves, Blättern oder Büschen oder Laub, wie man das auch immer nennen möchte. Die Bad Rock-Spieler unter euch denken sich jetzt, ja moin, das haben wir schon seit einer gefühlten Ewigkeit, aber für die Java-Spieler ist das alles auf jeden Fall ein komplettes Neuland. Damit aber, wo sind meine Manieren, zunächst einmal ein Schleimtastisches Hallo, liebe Freunde. Auch heute, an meinem Geburtstag, ich muss es erwähnen, ich brauche Aufmerksamkeit, nein. Spaß beiseite, aber heute ist wirklich mein Geburtstag, gibt's natürlich auch wieder ein Video für euch tollen Menschen da draußen. Im heutigen Video geht es aber mal um das Waterlocken von den Leaves, Büschen, Laub oder wie auch immer. Nein, das Ganze genannt werden möchte. Dieses Parity-Feature ist mit dem letzten Snapshot 22w12a dazugekommen und sorgt für die ein oder anderen Diskussionen in der Minecraft-Szene, muss man klippoklar sagen. Doch warum oder wie es überhaupt dazu kam und was das genau für MLGs etc. bedeutet, schauen wir uns einfach mal im heutigen Video an. Abonniert noch gerne vorher den Kanal, um keine weiteren News mehr rund um Minecraft zu verpassen und bald haben wir auch die 300k. Kommentiert gerne noch eure Meinung zu dieser Änderung und like noch das Video als kleines Geburtstagsgeschenk. Hehe, schleimgedankt. Na jedenfalls befand sich relativ versteckt und auch wirklich unscheinbar ganz unten im Change-Log die Änderung Leaves are now waterloggable. Und das bedeutet ganz einfach, dass du nun jegliche Art von Blättern der Bäume in Minecraft mit einem Wassereimer waterloggen kannst. Während Bedrock halt dieses Feature bereits seit einigen Jahren schon hat, also es sind safe fast vier Jahre oder so, hatte es Java nun auch bekommen. Doch warum eigentlich? Also warum jetzt? Wo kommt das auf einmal her? Ich meine, die Plattformen werden ja gleichgestellt, deswegen Parity ist ja ein ganz, ganz großes Thema. Aber wo ist der Grund, dass das jetzt sofort eingefiegt wurde im 1.19-Update? Und ich denke mal, der Hauptgrund liegt auf jeden Fall am neuen Sumpfbiom, würde ich jetzt einfach mal behaupten, das ja mit dem 1.19-Update dazukommen wird. Also dieses Mangroven-Sumpfbiom. Da gibt es ja die ganz neuen Mangrovenbäume und die wachsen ja teilweise auch ins oder aus dem Wasser heraus. Und die neuen Wurzeln, die unter anderem auch mit dem vorherigen Snapshot dazugekommen sind, die ragen auch so teilweise aus dem Wasser heraus und waren auch direkt, als sie dazugekommen sind, waterloggable. Was ich auch persönlich sehr cool fand, das war für die Jabelchen ja ganz neu, das erste Buschartige Ding, was man, oder Block, Ding ist auch ganz gut, den man halt wirklich waterloggen kann. Und da kann man dann auch raus, ganz easy-beasy, ich habe es ja schon jetzt öfter gesagt, unter anderem einen Cobblestone-Generator bauen. Man kann dann auch viele, viele andere Sachen mitmachen, ich bin jetzt kein Redstone-Genius, aber das ist so das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist. Doch dann im darauffolgenden Snapshot, der dann an Mittwoch erschienen ist, also jetzt der letzte Mittwoch, wurde das Gleiche auch für die restlichen anderen Leaves geändert. Und das passt anscheinend auf jeden Fall nicht jedem Spieler da draußen. Ich meine, es macht auf jeden Fall Sinn für die Mangrovenleaves, muss man ja ganz klar sagen, auch die Wurzeln des Baumes natürlich, aber muss das auch überhaupt für die anderen Blätter sein? Das ist halt die ganz, ganz große Frage und die Antwort von Minecraft ist darauf auf jeden Fall Ja. Ein ganz, ganz großes Ja sogar. Also wie gesagt, Bedrock hat es schon seit vielen, vielen Jahren. Ich hatte es selber persönlich gar nicht mehr auf dem Schirm, weil es da so total normal ist. Und jetzt, da das nochmal aufgeführt wurde, separat für die Jawadischen, ist es mir dann auch erst danach wieder in den Sinn gekommen, nachdem ich da diese Snapshot-Vorstellung aufgenommen habe. Es ist auf jeden Fall ja kein einfaches Thema und viele, viele Menschen da draußen denken nur, nee, das muss auf jeden Fall nicht sein. Somit müssen wir uns alle oder alle MLG-Pros, was die natürlich auch leider Gottes an eine Water-MLG-freie Baumzone gewöhnen. Das heißt, wo du auch immer sein magst, auf irgendeinem hohen Berg, kannst du nicht einfach nochmal runterspringen und dann Water-MLG machen mit einem Wassereimer. Es funktioniert halt einfach nicht. Es gibt natürlich auch noch etliche andere Möglichkeiten, einen MLG zu machen, was jetzt auf Bäumen in diesem Fall betrifft oder angeht, aber das ist natürlich trotzdem schon irgendwo traurig. Ich bin auch so ein Typ, ich bin kein PvP-Pro oder MLG-Pro in irgendeiner Form, aber wenn ich es dann mal gemacht habe, dann halt wirklich im 1.18-Update, wenn ich mal von einem Berg irgendwie runtergesprungen bin, teilweise natürlich auch auf Bäume drauf, aber jetzt kann man es ganz einfach nicht mehr machen. Besteht ihr zu diesem Thema? Betrifft euch diese Änderung überhaupt oder doch eher weniger? Schreibt das auf jeden Fall mal ohne Gnade unten in die Kommentare. Eine zweite Sache, die ich aber trotzdem heute noch ansprechen wollte, ist folgende. Minecraft hat heute für die Battle Edition notgedrungen, muss man sagen, eine neue Beta rausgehauen, in Folge eines wirklich verheerenden Bugs, der dort unterwegs war. Es konnte nämlich sein, dass Welten oder eure Welten, die ihr in der davorigen Beta geöffnet habt, unter der Höhe Y0 komplett corrupted, also zerstört waren, beziehungsweise es sah einfach so aus, als wäre da nur das Void. Das kann dann ungefähr so aussehen, keine schöne Sache, doch Gott sei Dank haben sich die Deaths natürlich daran sofort rangesetzt und auch wenn sie eigentlich schon frei haben, passend dazu noch am Wochenende ein Fix Release. Achtet also auf jeden Fall darauf, bevor ihr eure Welten öffnet, dass ihr wirklich in der neuesten, gefixten Beta-Version seid, damit ihr euren Welten nicht zerstört. Denn rückgängig machen kann man das, soweit ich weiß, nicht. Also ist die Welt unten einmal corrupted, dann bleibt sie auch so. Ist wirklich eine traurige Sache. Rip an alle Welten, die da geöffnet wurden und auch dementsprechend schon beschädigt sind. Ich hoffe, dass ihr da nicht betroffen seid, aber wie gesagt, in der neuesten Beta-Version ist das Gott sei Dank behoben worden. Das soll es dann aber auch schon für heute gewesen sein, Freunde. Eine kurze, knackige Ausgabe Minecraft News. Schreibt gerne wie immer eure Meinung unten in die Kommentare. Esst auf jeden Fall noch ein Stück Kuchen für mich heute mit, also würde mich sehr freuen. Gönnt euch und ansonsten noch einen schönen Resttag, schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.